Hallo zusammen, mein Name ist Zacharias Reinhardt von agensasbrothers.de und willkommen zum siebten Teil in meiner Tutorial-Serie über die Generate-Modifier. Ich verwende hier immer noch ein Testbild von Blender 2.64 von Blender.org. Den Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Tutorial geht es um den Mask-Modifier. Ich füge mal ganz einfach unseren Affen hinzu und füge mal den Mask-Modifier. So, wir sehen, es gibt hier nicht besonders viele Einstellungen und wir sehen, es passiert auch im ersten Moment gar nichts. Denn der Mask-Modifier versteckt Polygone, ohne dass wir sie löschen müssen. Und dazu müssen wir als erstes eine Vertex-Group erstellen. Eine Vertex-Group ist ganz einfach eine Gruppe von Punkten. Diese Punkte heißen Vertex. Und um das zu machen, wechseln wir mal in den Edit-Mode und wählen einfach mal diese Augen aus, mit L, wenn ihr die Maus darüber habt. Dann werden die zusammenhängenden Objekte selektiert. Wir sehen, die sind einzeln, diese beiden Augen. Und dann wechsle ich zu den Object-Data und hier finden wir Vertex-Group. Dann drücke ich auf das Plus und auf Assane. Das ist ganz wichtig. Dann werden alle selektierten Polygone zu dieser Gruppe hinzugefügt. Gut, die nenne ich jetzt einfach mal Mask und das ist jetzt unsere Vertex-Group, die wir maskieren wollen. Ich setze mal hier noch auf Smooth und dann wähle ich hier bei Vertex-Group die Mask-Vertex-Group aus. Und wir sehen, alles verschwindet bis auf die Augen, denn die sind in der Vertex-Group drin. Und das auch fürs Rendern. So, jetzt können wir hier noch auf Invert klicken. Dann sehen wir, wird das umgekehrt. Alles wird angezeigt bis auf die Augen. Und dann haben wir hier noch eine Option, Armature. Wenn ich mal aus unseren Affen ein seltsames Schlangenwesen erstelle, dann können wir jetzt mit Shift und A ein Armature-System hinzufügen, wechseln in den Edit-Mode. Und dann baue ich hier mal ein paar Bones lang, so ganz simpel. Dann selektiere ich unseren Mesh, danach mit Shift das Armature-System, STRG-P und with automatic weights. Und wenn ich jetzt in den Post-Mode schalte, sehen wir, können wir mit den Bones unsere Affen-Schlange bewegen. So, und wenn ich jetzt mal unseren Mesh selektiere und beim Mask-Modifier hier bei Armature das Armature-Objekt auswähle, so und wenn wir dann im Post-Mode die verschiedenen Knochen selektieren, sehen wir, wird uns nur der Mesh angezeigt, der von diesen Knochen verformt wird. Das heißt, dieser Mesh verformt auch hier dem Kopf ein bisschen. Das kann man ganz gut sehen, wenn man zum Beispiel den Mesh selektiert und dann in den Weight-Paint-Modus geht, dann sieht man ganz gut, welche Bones was an einem Mesh verformen. Alles, was rot ist, wird 100% verformt und alles, was dann blau ist, gar nicht. Und alles, was dazwischen ist, grün, orange und so weiter, dann eben ein bisschen. So, ganz nützlich ist das aber, wenn wir zum Beispiel den Mask-Modifier dann invertieren, dann sehen wir nämlich immer nur das, was von den Bones nicht beeinflusst wird. Und das kann man dann zum Beispiel zum Animieren verwenden oder einfach, um zu sehen, was dieser Bones alles beeinflusst. Und dann könnt ihr das auch korrigieren und so weiter. Okay, diese Funktion, muss ich gestehen, habe ich bei meinen Projekten noch nie verwendet, aber den Mask-Modifier an sich schon. Und zwar bei meinem Repto-Charakter. Ich aktiviere mal die ersten beiden Ebenen. Auf der zweiten Ebene sind Kleidungsstücke und auf der ersten Ebene ist der Charakter an sich. Und wir sehen, hier sieht man nur ein kleines bisschen von diesem Charakter. Denn dieser Anzug, den er hier hat, geht über den ganzen Körper rüber. Außer hier hinten diese Stacheln. Die sehen wir hier, gucken hier raus. So. Und ich wollte einfach für diesen Charakter nicht alles löschen, denn ich hatte den auch schon komplett gewickt, um alles zu verformen und so weiter. Und wenn ich jetzt mal den Mask-Modifier einmal ausstelle, sehen wir, ist das hier auch ein kompletter Körper. So, und wenn ich gleichzeitig mal die Kleidung aktiviere, sehen wir, kann es passieren, dass der Körper an manchen Stellen durchguckt. Und das passiert dann besonders häufig, wenn man irgendwas am Charakter auch noch bewegt und dann an irgendwelchen Gelenken, wie hier zum Beispiel, kann das dann ganz oft passieren, dass der Körper da durchguckt. So, und ich wollte jetzt vom Körper nicht alle Polygone löschen, denn das ist nicht sehr optimal, wenn ich zum Beispiel was an der Kleidung noch ändern möchte oder so. Und darum habe ich da ganz simpel den Mask-Modifier verwendet, um dann die überflüssigen Polygone einfach auszublenden, ohne sie dann zu löschen. Und wie ihr seht, hat das auch sehr gut geklappt. Und wenn ich jetzt hier irgendeinen Arm bewegen würde, ich stelle mal hier die Unterteilung ein bisschen runter, damit das flüssiger läuft, dann kann es nicht passieren, dass da irgendwelche Polygone durchgucken. Wenn ich den deaktiviere, kann das aber hier ganz gut passieren, wie man hier an dieser Stelle zum Beispiel ganz gut sieht. Genau. Dafür, finde ich, ist der Mask-Modifier sehr praktisch. Gut. Ich würde sagen, das war es auch schon mit diesem Tutorial. Zeigt mir in einer Videoantwort oder in einer E-Mail, was ihr so mit den Modifiern anstellt. Kontaktdaten findet ihr auf unserer Webseite. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Im nächsten geht es weiter mit den Mirror-Modifier. Ein sehr wichtiger Modifier, wie ich finde. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Tutorial auch wieder. Bis dahin. Und ich hoffe, wir sehen uns dann. Und ich hoffe, wir sehen uns dann.